Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DBP-DW, die besten Podcasts der Welt. Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Normalerweise besprechen wir jeden Dienstag eine Star Trek Episode, aber heute gibt's eine Sonderfolge. Ihr hört Trek am Freitag. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freundinnen und Freunde des Podcasts. Schön, dass ihr heute an diesem Freitag zu einer ganz besonderen, ganz monumentalen Sonderfolge eingeschaltet habt. Aber bevor wir dazu kommen, was das ist, mag ich natürlich wie jeden Dienstag und auch wie in fast jeder anderen Sonderfolge meinen lieben Mitstreiter den großartigen Simon begrüßen. Hallo Simon. Hallo Sebastian. Mensch, was für eine nette Begrüßung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und mit dir diese zukunftsträchtige Folge für Trek am Dienstag aufzunehmen. Ich freue mich da sehr drauf und möchte mich natürlich anschließen. Schön an alle da draußen, dass ihr eingeschaltet habt. Toll, dass ihr dabei seid. Normalerweise fragen wir uns an dieser Stelle, wie es uns geht, aber das machen wir heute einfach mal nicht. Wir erzählen euch trotzdem, wie es uns im Großen und Ganzen geht. Denn wir möchten euch heute mal erzählen, wo wir als Podcast überhaupt stehen und was wir denken, wie es mit unserem kleinen Podcast weitergehen könnte. Spoiler alert, Simon, könnte man doch schon fast sagen, wir haben eigentlich großartige Sachen vor, wenn der Plan aufgeht, oder? Das kann man definitiv sagen. Deswegen bin ich auch ein bisschen aufgeregt tatsächlich. Ich bin meistens aufgeregt, wenn wir eine Folge aufnehmen über Trek am Dienstag. Aber das hier ist eine sehr wichtige Folge. Genau deswegen. Wir haben tolle Dinge vor. Ja, einiges davon. Da kommen wir gleich noch mal ein bisschen genauer zu. Ja, habt ihr schon gesehen in letzter Zeit oder gehört? Gehört oder gesehen. So rum ist, glaube ich, besser. Und anderes, da wissen nur wir beide von. Ja, das sind Dinge, die wir einfach wahnsinnig gerne machen würden für euch. Auch nicht nur für euch, auch für uns wahnsinnig gerne umsetzen möchten. Und deswegen haben wir einen Entschluss gefasst. Aber fangen wir doch mal von vorne an, Sebastian. Ja, uns gibt es ja jetzt schon seit drei Jahren ungefähr. Ja. Seit drei Jahren machen wir das schon. Seit über drei Jahren. Und wir haben ja unfassbar viel Spaß an diesem Podcast, aber nicht nur wir. Nein, wir haben auch mit einer relativ kleinen Hörerschaft angefangen. Aber dann ist die immer mehr gewachsen. Und dann kamen die Filme und dann sind die noch mehr gewachsen. Dann kam Next Generation und sind die noch mehr gewachsen. Und dass ihr da draußen alle da seid und dass ihr uns hört, dass ihr uns ermutigt, tolle Bewertungen gebt, mit uns interagiert, das ist einfach der nackte Wahnsinn. Ja, wir hätten das auch für zehn Nasen gemacht oder besser gesagt für zwölf Nasen, weil wir beiden finden das ja auch ziemlich geil, was wir hier machen. Aber dass wir jetzt eine solche fast schon unfassbare Masse an Leuten jede Woche erreichen. Da fühlt man sich klein und dankbar und ganz warm innen drin irgendwie, ja. Absolut, ja. Das ist ganz fantastisch. Und es macht deswegen auch einen Riesenspaß, diese Inhalte zu machen, weil wir eben halt merken, das kommt gut an, ja. Ja, auch unser Blog beispielsweise, trekamdienstag.de, da sind so richtig schöne Diskussionen entstanden, wo die Leute dann nochmal sprechen über ihre eigenen Eindrücke von den Folgen, die wir besprechen oder auch von unseren Folgen, die wir machen. Und da ist so eine richtig schöne Community entstanden. Und irgendwie haben wir beide dann mal miteinander gesprochen und haben gesagt, Mensch, wir haben ja eigentlich was ganz Besonderes am Start. Und könnte man nicht noch mehr daraus machen? Ja, und es ist ja auch, wie du schon sagst, so ein Herzensprojekt, ja, wo man einfach sagt, das macht uns Spaß, das begeistert uns, das holt uns jede Woche wieder vor das Mikrofon, manchmal auch mehr als einmal die Woche. Oh ja. Und dann denkt man, man könnte machen und tun und ha, ha, ha. Aber irgendwie ist dann doch die Zeit und die Kraft endlich, die man da hat. Und deswegen lassen wir heute eine kleine Rakete los, um mehr Zeit zu bekommen. Richtig, ja. Nicht nur das, wir sprechen auch über die Zukunft von Trek am Dienstag. Wir haben da sehr intensive Gespräche gehabt in den letzten Wochen, mehr als einmal. Monate schon fast. Monate eigentlich schon. Und wir finden, dass es an der Zeit ist, das jetzt einfach auch mal euch mitzuteilen. Fangen wir mit dem ersten Punkt an. Sebastian. Ja. Wir schalten heute in den Transform. Wir haben jetzt, muss man wirklich mal sagen, vorhin sehr, sehr lange darüber nachgedacht, wie dieser Podcast wohl heißt, ja, oder heißen soll, den wir heute aufnehmen. Das entscheiden wir, wenn wir fertig sind. Nein, es ist eine zweite Zündstufe, kann man sagen, von TAT. Sebastian und ich, wir haben eine kleine Firma gegründet mit dem schönen Namen Galaktisch aufs Ohr. Das ist eine Firma, die sozusagen eine Verwertungsgesellschaft für unser kleines Podcastprojekt ist. Und wenn ihr sowas hört, oh Gott, Firma gegründet, Verwertungsgesellschaft, mein Gott, was passiert denn jetzt? Bitte, bitte, geht noch nicht an den Knopf von eurem Radio oder Sendegerät oder Podcatcher. Der eine oder andere, die eine oder andere denkt sich jetzt bestimmt, jetzt verkaufen die sich, jetzt wird die Hand aufgehalten. Jetzt kommt Paywall, jetzt kommt alles. Von diesem stimmt aber nur ein ganz geringer Teil. Wir bleiben wir und wir haben nicht vor uns zu verkaufen. Wir haben nicht vor, irgendwelche Knöpfe irgendwem ans Ohr zu labern, um irgendwelche Verkaufsgespräche zu führen. Wir möchten einfach etwas Neues tun, was hoffentlich allen von uns Freude bringt und gute Laune verbreitet. Absolut, ja. Und wir wollen das hier einfach nutzen, diesen Podcast, weil wir sind nun mal Podcaster. Das können wir irgendwie am besten, ja. Euch mal einfach ein bisschen die Hintergründe dazu zu erläutern und euch einfach zu sagen, was wir vorhaben. So, jetzt kommen wir wieder an den Anfang, denn wir haben ja über Ideen gesprochen. Und dazu gehören ja auch die Dinge, die ihr in den letzten Monaten gehört habt. Wir hatten da den intergalaktischen Frühschoppen aus der Taufe gehoben, unser Talkformat. Dann haben wir plötzlich gedacht, warum machen wir nicht mal Livestreams? Ja, warum müsst ihr uns immer nur zuhören? Ihr könnt doch uns auch mal sehen dabei. Auch das ist super angekommen. Zuletzt unser Format, die Track Nights, wo wir zum Zeitpunkt dieser Aufnahme schon zwei sehr, sehr schöne Folgen hatten, wo wir mal einen Gast da hatten, der eine komplett andere Perspektive auf Star Trek uns gegeben hat. Und auch da weiß ich ja, wer da noch alles zu uns stößt. In den nächsten Folgen, die wir schon so geplant haben, freue ich mich tierisch drauf. Aber ihr Lieben, das ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Ja, wir haben da noch ganz andere Ideen und Konzepte, teilweise richtig verrückte Sachen, die in unseren Köpfen herumspuken und raus möchten. Aber wir haben auch was gemerkt jetzt bei der Erstellung der Zusatzinhalte. Diese Samstage, denn es waren die Samstage, wo wir die intergalaktischen Frühschoppen gemacht haben und die Feierabende, wo wir die Livestreams und die Track Nights gemacht haben. Das war schon eine Menge Stress. Positiver und auch spaßiger Stress. Ja, also es hat uns jede Menge Laune gemacht, euch ja hoffentlich auch, aber trotzdem irgendwie Stress. Das ging auf Kosten von Feierabend, auf Kosten von Freizeit. Wochenenden waren auf einmal nur noch halb so lang. Ich habe ja generell manchmal so ein bisschen Probleme zu schlafen und dann habe ich halt auch nachts noch ein bisschen mehr über Podcasts nachgedacht. Das klingt jetzt alles so, als würden wir da so drüber jammern, wie schlecht das geht mit unserem Podcast uns. Aber es soll einfach nur zeigen, Leute, wir haben einfach eine Menge getan und uns ist dieses Projekt sehr, sehr wichtig. Und wir möchten auch weiterhin einfach alles geben können und vielleicht noch ein bisschen mehr als alles. Ja, richtig. Ich finde das alles schon saumäßig anstrengend und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es bei dir ist. Denn du bist derjenige, der die Schneidearbeit erledigt, auch noch zusätzlich. Das heißt, ich spreche die ganzen Sachen ein und bin dann eigentlich fertig damit und du bist dann noch dabei, das Ganze in eine Form zu bringen, dass man sich das auch sehr gut anhören kann. Also bei dir ist es dann nochmal anstrengender. Naja, dafür bist du derjenige, der eine Website irgendwie instand hält und auch jede Woche immer wieder verbessert, wo ich denke, mein Gott, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte, so eine Internetseite zu machen. Ist auch egal, wer von uns was macht. Es ist tatsächlich so, dass uns beiden das Ganze sehr, sehr wichtig ist und wir da einfach sehr viel Zeit investieren in dieses Projekt und auch noch in Zukunft mehr Zeit investieren wollen. Jetzt ist aber das Ding, wir sind halt zwei normale Menschen, wir haben zwei normale acht Stunden plus Jobs, ja, jeden Tag und wir haben auch noch ein Privatleben, ja, mit anderen Hobbys, die wir machen oder wir haben Beziehungen, halt Freunde, all das, was einen da so Zeit kostet. Und das meine ich nicht negativ, ja, sondern es kostet halt einfach Zeit. Und jetzt kommt das, was wir gemerkt haben, unser Output des letzten halben Jahres oder auch die neuen Ideen, die wir haben. Das kann einfach nicht so weitergehen, ja, das ist zu viel und wir möchten auch nicht deswegen aus den Latschen kippen. Und trotzdem haben wir das, das haben wir schon relativ früh gemerkt im letzten halben Jahr und haben das trotzdem mal durchgezogen, weil wir gesagt haben, wir möchten euch da draußen einfach mal vorführen, was wir können, ja, wenn man uns von alleine lässt. Und das war jetzt tatsächlich nur ein kleiner Vorgeschmack davon, was wir können und tun würden, wenn man uns so richtig loslaufen lässt. Diesen Kraftakt, den haben wir auf uns genommen, um zu sagen, wir möchten keine leeren Versprechen machen. Wir möchten euch nicht sagen, ach Leute, was alles mal kommen könnte bei Trek am Dienstag und das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da gibt es genug Leute, wo ich schon andere Sachen gelesen habe und dachte, und da kam dann hinterher gar nicht so viel. Und deswegen war unsere Devise, wir gehen sozusagen in Vorleistung, wir produzieren einfach mal drauf los und geben euch einen Eindruck davon, was sein könnte. Genau. Und jetzt kommt ihr ins Spiel und das habt ihr euch sicherlich schon gedacht bei dem, was wir gerade gesagt haben. Wir geben euch ab sofort die Möglichkeit, uns nicht nur durch Bewertungen und Mund-zu-Mund-Propaganda zu unterstützen. Dafür an der Stelle nochmal ein riesen Dankeschön, das auch bitte weitermachen, egal was jetzt als nächstes kommt. Das haben wir auch gemerkt, wir kriegen dann viele Zuschriften von Leuten, die uns sagen, Mensch, mein Kuppel hat mir das empfohlen und ich bin total jetzt an Bord und finde das super. Also das ist ganz, ganz toll. Aber ihr könnt uns ab sofort auch finanziell unterstützen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das werden wir gleich auch nochmal ein bisschen ausdifferenzieren. Aber jetzt mal so ganz grob gesagt, unser Leben setzt sich zusammen aus Freizeit, Podcast-Zeit und Arbeitszeit. Und die Podcast-Zeit, die möchten wir ausbauen. Ja, mehr Podcast-Zeit wollen wir haben. Wir können aber, haben wir jetzt festgestellt, in dem letzten halben Jahr die Freizeit nicht unbedingt weiterverringen. Sonst haben wir ja schon gesagt, aus den Latschen kippen. Das war manchmal lustig, hart, was wir für eine heiße Naht gefahren haben. Das heißt also, was wir gerne verringern würden mal, um daraus mehr Podcast-Zeit zu gewinnen, wäre unsere Arbeitszeit. Und da kommt jetzt unser Versprechen auch, unser erstes von vielen Versprechen in dieser Folge. Wenn ihr es uns ermöglicht, dass wir weniger Arbeitszeit machen müssen, dann nehmen wir diese gewonnene Zeit und verwandeln sie eins zu eins in Podcast-Zeit und machen mehr. Genau. Ja, Arbeitszeit reduzieren. Ich zum Beispiel, ich mag meinen Job wahnsinnig gerne, mache den echt super, super gerne. Aber es ist natürlich nochmal was anderes, wenn man so kreativ arbeiten kann für seinen Podcast. Und da würde ich sicherlich dann auch nochmal die ein oder andere Stunde am Wochenende noch viel lieber dafür opfern. Arbeitszeit ist natürlich das, was uns irgendwie Geld einbringt. Also Miete zahlen, Nahrung kaufen, das ist schon ganz wichtig. Das sollte schon irgendwie laufen. Also klappt so ein Tausch von Arbeitszeit gegen Podcast-Zeit natürlich nur in dem Maße, in dem ihr uns unterstützt, ja. Und diesen Traum irgendwann mal zu vollziehen, das kann natürlich nicht am Anfang so sein, aber irgendwann mal, das wäre natürlich fantastisch. Denn, wie ich schon eingangs gesagt, der Podcast ist unser Herzensprojekt. Daran hängt unsere Begeisterung. Und ja, das habt ihr hoffentlich in den letzten drei Jahren herausgehört. Und ich habe bei mir auch gemerkt, dass Arbeit und Podcast-Zeit und alles, dass das alles relativ viel ist. Und manchmal, Simon, fallen auch einfach Sachen unter den Tisch, die ich so ein bisschen vergesse. Also ich muss sagen, man könnte uns mit der Unterstützung auch helfen, dass ich einfach Sachen nicht vergesse. Ich wollte nämlich bei unserer, ja, ja schon, ich wollte nämlich bei unserer Sarek-Besprechung, wollte ich noch etwas angesprochen haben, das ich total vergessen habe. Und wenn das jetzt nicht völlig den Podcast oder diese eine Sache, die wir heute erzählen wollen, zum Entgleisen bringt, dann verrate ich dir jetzt einfach mal. Ja, komm, hau rein. Pass auf. Erinnerst du dich noch an diese tolle oder auch nicht so tolle Folge aus der ersten Staffel Too Short A Season mit dem Admiral Jameson, der dann nochmal auf diese Mission mit dem Karnas gehen musste und diese Verjüngungsdroge gefressen hat? Und dann konnte er noch diese eine letzte Sache machen, ist dann gestorben und man war sich ja eigentlich ziemlich einig, dass das nicht so eine gute Idee war, dass da ein Mann, dem es eigentlich nicht gut geht, nochmal dafür fertig gemacht wird, dass er nochmal so eine letzte Mission machen will. Und bei Sarek wird uns das jetzt aber erzählt als eine Sache, die völlig in Ordnung ist. Natürlich, wenn der Mann krank ist, dann lagern wir seine schlechten Gefühle in Picard aus, ganz egal, wie es dem hinterher geht, ja, aber Hauptsache, der kann dann nochmal den anderen Karnas glücklich machen, ja. Das war so ein Gedanke, den habe ich vergessen einfach. Der ist auch super, ja, der ist halt eben nicht der unbekannte Admiral Jameson irgendwie, sondern ist halt eben der große Sarek, ja, da wird ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen, das ist ja so in der Föderation bis vor allem, aber stimmt, eine schöne Parallele und ja, hättest du mal besser den Sarek erwähnt. Ja, Mensch, hätte ich die Zeit dafür gehabt. Wie es so schön heißt, wenn ihr euch entscheidet, uns zu unterstützen, würdet ihr zwei alte Männer sehr glücklich machen. So alt sind wir nicht. Ja, aber ihr kennt uns ja auch, ja, ihr kennt uns jetzt schon seit, wie gesagt, über drei Jahren und unser Versprechen ist es, alles Menschenmögliche zu tun, jeden Dienstag euch eine neue Folge direkt am Dienstag zu liefern, eine neue Besprechung einer Episode oder eines Films. Voraussetzung ist natürlich, dass wir gesund sind und dass es Internet gibt und das haben wir auch seit drei Jahren und vier Monaten komplett durchgezogen. Feiertage, Ferien, Weihnachten, Neujahr, völlig egal. Seit April 2017, seit Ende April 2017 gibt es lückenlos jeden Dienstag, Track am Dienstag. Ihr seht, wir sind regelmäßig, wir sind treu. Unsere Versprechen, die wir machen, das ist keine blöde Daherlaberei, das sind einfach zwei Typen, die zu ihrem Wort stehen. Und deswegen wollen wir euch jetzt ein paar Versprechen machen und Klartext sprechen. Richtig, Nummer eins. Ganz egal, ob oder wie wir jetzt unterstützt werden, Track am Dienstag wird es weitergehen. Also der Hauptpodcast, Track am Dienstag, jeden Dienstag, den machen wir weiter. Wir lieben das Projekt und wir haben das auch nicht wegen Geld gestartet, dieses Projekt. Wir haben es deswegen gestartet, weil wir da Bock drauf hatten und deswegen wird das einfach weitergehen. Genauso wie ihr das kennt. Jeden Dienstag eine Folge Track am Dienstag. Das zweite Versprechen ist, so schön es auch ist, wenn man sich auf die Cayman Islands absetzen kann, weil plötzlich der Reichtum ausgebrochen ist. Wir wollen jetzt mit dem Podcast und mit dieser Aktion, die wir heute ausrufen, damit wollen wir nicht den Reichtum erreichen. Das glauben wir auch gar nicht, dass das geht. Aber sobald eure Unterstützung, die ihr uns zukommen lasst, ausreicht, dass wir unsere Arbeitszeit reduzieren, verwandeln wir sie in Podcast-Zeit. Input gleich Output sozusagen. Wenn ihr uns unterstützt, gibt es regelmäßig Frühshoppen, Track Nights, Livestreams und weitere Überraschungen, die wir jetzt noch nicht sagen werden. Aber ich kann ja vielleicht mal anteasern, wir haben im Februar ja mal, bevor wir bei einer Show der Nerdizisten waren, einen sogenannten Brainstorming-Nachmittag gemacht. Da saßen wir in so einem lustigen Straßencafé irgendwo im Rheinland und haben so ein paar Stunden gesponnen und von so einer leicht schofilligen Kellnerin uns Getränke bringen lassen. Und da sprühten schon die Funken, ja. Und da kommen die ganzen Sachen her jetzt auch, Frühshoppen und Streams und so. Und das ist nicht das Einzige, was wir da besprochen haben. Und wir würden uns auch sicherlich noch ein paar Mal häufiger so zusammensetzen. Und immer wenn wir so zusammensetzen, dann passieren Dinge einfach, ja. Genau, ist auch natürlich viel Blödsinn dabei, aber auch ein paar richtig schöne Sachen, die uns auch nicht mehr loslassen. Und für deren Umsetzung bräuchten wir einfach die Zeit, das muss man so sagen, ne. So, das war das zweite Versprechen. Ja. Das dritte Versprechen und das ist uns ganz, ganz wichtig, ja. Ihr kennt das von vielen Podcasts, da unterstützt man irgendwie und dann gibt es so Perks, ja. Dann gibt es vielleicht mal eine Sonderfolge für Unterstützer, für Bäcker oder was weiß ich alles. Dann gibt es Zugang zu speziellen Foren oder Merchandising oder so ein Kram. Das machen wir nicht. Wir bauen keine zwei- oder noch mehr-Klassengesellschaft, ja. Also seid ihr nicht plötzlich Lieutenant Commander oder irgendwie sowas, ja. Und könnt euch da hochkaufen bei uns. Wenn wir von euch unterstützt werden, dann gibt es mehr Inhalte. Und die gibt es für alle, ja. Im offenen Feed, das machen wir deswegen, denn es gibt welche unter euch, die können sich das überhaupt nicht leisten, uns etwas zu geben. Die haben andere Sorgen, ja. Wir haben jetzt auch eine schwierige Zeit. Die haben ganz andere Themen und auch die sollen davon partizipieren, ja. Die sollen sich nicht die Nase am Schaufenster plattdrücken. Die bekommen einfach trotzdem all die zusätzlichen Inhalte, die die Unterstützer quasi ermöglichen. Das heißt, wenn ihr uns unterstützt, dann habt ihr nicht nur den ewigen Dank von Simon und Sebastian, dass die mehr Podcasts machen können, sondern auch den Dank derer, die, weil ihr so solidarisch seid, mehr Track am Dienstag bekommen, obwohl sie es sich eigentlich nicht leisten können, zu unterstützen. Das heißt aber auch im Gegenschluss, wenn ihr uns besonders großzügig unterstützt. Wenn ihr sagt, wir machen jetzt mal das Krokodilslederportemonnaie auf und holen da die dicken Scheine raus, wollen wir euch natürlich nicht aufhalten. Dann sind wir auch von Dank überwältigt und wir übersäen euch mit virtuellen Küssen dafür. Aber auch damit bekommt man keinen Ambassador-Status und keine Sonderbehandlung oder wird irgendwie, sag ich jetzt mal, Produzent des Ganzen oder so. Das ist einfach eine Unterstützung dann auch. Genau. Was ihr aber bekommt, wenn ihr uns unterstützt, ist das gute Gefühl, denn das ist auch ein Aspekt. Wir gucken da nicht nur auf die Zukunft, dass wir vielleicht irgendwie die Mittel haben, da mehr zu machen, sondern wir glauben, dass wir eine gute Arbeit machen. Und ihr bekommt dann das gute Gefühl für diese hingebungsvolle, harte, gründliche, leidenschaftliche und spaßige Arbeit auch mal das zu geben, was sie wert ist. Denn wir finden, wer was Gutes macht und das auch konsequent durchzieht, der sollte dafür auch entlohnt werden. Und das ist auch eine Überzeugung, die haben wir nicht nur, was unsere eigene Arbeit angeht. Ich bin ja einer, so ein Podcast-Power-Hörer. Ich höre unfassbar viele Podcasts. So pro Woche höre ich ungefähr 24 Stunden Podcast, habe ich neulich mal meinen Podcatcher errechnet lassen. Deswegen schläfst du nämlich nie. Das ist der Grund. Das kann sein, das kann sein. Und jeder meiner abonnierten Podcasts, die ich so in meinem Catcher drin habe, der die Möglichkeit bietet, unterstützt zu werden, der bekommt von mir schon, seitdem die das anbieten, jeden Monat etwas in den Hut geworfen. Das ist für mich auch einfach geben und nehmen an der Stelle Ehrensache. So funktioniert auch lustiger und interessanterweise in Deutschland die Podcast-Landschaft ganz gut. Also, dass das einfach so eine Art Ehrenprinzip auch ist. Ja, bei mir ist das ähnlich. Ich bin jetzt vielleicht nicht so ein ausführlicher Podcast-Hörer wie du, aber ich arbeite ja seit Jahrzehnten, seit Jahrzehnten ist übertrieben, aber seit über einem Jahrzehnt im kreativen Bereich. Habe früher auch selber Texte verfasst. Und ich weiß, dass diese kreative Arbeit anstrengend ist und dass die einen genauso hohen Wert hat wie jegliche andere Form der Betätigung, wie jeglicher anderer Job. Und deswegen unterstütze auch ich viele Kulturschaffende aus Überzeugung. Ich habe mal einen kostenpflichtigen Wrestling-Newsletter abonniert. So ein Blödsinn. Aber ich fand das einfach cool, wie das gemacht war und habe dafür Geld ausgegeben. Also für mich ist auch eine ganz, ganz tiefe Überzeugung, dass kreative Arbeit, das kann nicht jeder oder nicht jeder hat die Energie, das in einer qualitativ hochwertigen Form zu machen. Und wenn er es dann macht, dann hat er sich auch eine Unterstützung verdient. So, eine Menge Sachen, die wir euch versprochen haben, die ihr bekommt, wenn ihr uns unterstützt. Aber wir sind eine Bullshit-freie Zone. Das haben wir irgendwann so festgelegt. Wir möchten euch ganz klar sagen, was wir euch nicht versprechen, was es nicht geben wird. Einen Punkt, Sebastian, hast du gerade schon angeschnitten. Das ist richtig. Wenn ihr uns unterstützt, gibt es kein kreatives Mitspracherecht bei Track am Dienstag oder bei den anderen Formaten. Wohin unsere Reise thematisch geht, wenn wir uns als Gäste in den Cast holen. Da könnt ihr Vorschläge uns unterbreiten, aber die Entscheidung liegt bei uns. Und ich hoffe, ihr vertraut auch darin, nach den letzten paar Jahren, dass wir dort ein gutes Händchen haben für interessante und spaßige Dinge. Denn wenn wir irgendwas, das noch als kleine Ergänzung dazu, wenn wir jetzt irgendwas machen würden, was durch Polls oder sonst was gewotet werden würde oder wenn irgendwelche Leute das vorschreiben würden und wir hätten da keinen Bock drauf, ihr würdet das hören. Ihr würdet das sofort hören, dass das einfach nicht funktioniert. Ja, das ist richtig. Was es auch nicht gibt, ist Geld sammeln durch Merchandising. Man könnte jetzt die Frage stellen, warum macht ihr nicht einfach Merchandising? Das machen doch so viele andere Podcasts, kann man euch dadurch nicht irgendwie unterstützen. Na, die Sache ist halt die, andere Podcasts, die stecken da wahnsinnig viel Zeit rein. In Shirts, in Aufkleber und andere Sachen. Und dann habe ich auch schon mal in just solchen Podcasts gehört, wo die Podcaster sich dann erzählen, ach ja, ich wollte ja noch irgendwie die Unterstützer-Shirts jetzt mal fertig machen und rausschicken. Und ach, da bin ich noch nicht zu gekommen, ich muss die Sendung vorbereiten. Man merkt, das ist alles Kram, der raubt erst mal Podcast-Zeit. Und wir wollen mit unserer hinzugewonnenen Zeit vorrangig doch erst mal neue Podcast-Inhalte machen und keine Souvenirs. In Klammern aber, das ist etwas, das schließen wir nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag aus, weil bestimmt die ein oder andere, der ein oder andere von euch sich mal wünschen würde, irgendwas zu haben. Und sobald wir da mal frei atmen können, ist das etwas, worüber wir eventuell auch noch mal nachdenken. Aber jetzt für den Start unserer Dreck am Dienstag geht größere Wege-Aktion, ist jetzt Merchandising einfach noch nicht angesagt. Da würden wir dann hier zum Design- und Versandunternehmen erst mal werden und hätten gerade trotzdem keine Zeit mehr zum Podcasten. Genau, wir wollen erst mal einfach mehr Inhalte machen. Das ist kein Nicht-Daher-Gesagt, sondern darum geht es uns und nicht irgendwie in irgendwelchen Grafikprogrammen zu viel Zeit verbringen. So, und jetzt, ihr Lieben, gibt es noch einen weiteren Aspekt, den wir jetzt hier mal einfach ganz klar sagen möchten in dieser Folge. Da haben wir so ein bisschen rumgedruckst in den letzten Monaten, aber wir haben, wie Sebastian gerade schon sagte, bevor wir jetzt irgendwie sagen, gebt uns Geld, dann wollen wir einfach ehrlich mit euch sein, damit da keine falschen Erwartungen entstehen. So, bei einigen wird die Enttäuschung vielleicht groß sein, aber auch hier bitten wir um euer Vertrauen. Vertraut uns, wenn wir sagen, wenn Next Generation, Deep Space Nine, Voyager und Enterprise durch sind bei uns im Podcast, dann haben wir Frühjahr, in etwa März 2031, vorausgesetzt, wir können immer senden. Gesundheit und Internet, das sind Dinge, die wir brauchen dafür. Und jetzt kommt vielleicht ein kleiner Hammer, aber an diesem Punkt, nach der letzten Folge Enterprise, endet die wöchentliche Track am Dienstagbesprechung. Ja, das heißt, kein Star Trek von J.J. Abrams in Dienstagsbesprechung, kein Discovery, kein PK, kein was auch immer noch kommen mag. So, das müsst ihr jetzt erstmal kurz sacken lassen, aber wir wollen euch das auch gleich erklären. Das ist nämlich nichts, was wir irgendwie mal gesagt haben, wir machen das jetzt so, sondern es ist ein Prozess hinter, hinter dieser Entscheidung. Punkt eins, wir möchten niemanden vor den Kopf stoßen, ja. Wir freuen uns, und das ist nicht so einfach dahergesagt, dass die neueren Serien und Filme Fans finden, ja. Denn das ist gut für Star Trek, das vergrößert die Fanbasis von Star Trek und das bringt uns natürlich auch neue Hörerinnen und Hörer, die halt dann schauen, wie so die alten Sachen waren und das ist total toll. So, wenn jetzt aber diese Fans bei uns einschalten und dann so einen zähen Podcast hören, Woche für Woche, ja, wo wir rummeckern, das wäre hart, kontraproduktiv und unnötig und da wollen wir nicht hin. So ist es. Wir wollen auch niemanden mit dieser Aussage ausgrenzen, der die neueren Dinge mag. Ich will es ganz klarstellen, es ist toll, Dinge zu mögen einfach, ja. Es gibt ganz, ganz viele andere Dinge oder anders, anders gesagt, Simon. Ich, Sebastian, mag ja, das wisst ihr sicherlich so ein bisschen die Produktionsgeschichte des Franchises. Ich schaue unglaublich gern hinter die Kulissen, was war da 1966 mit dem Bob Jusman und dem Roddenberry? Was war da 1988 mit dem Maurice Hurley? Das sind Dinge, die mich einfach faszinieren, da kann ich nicht genug von bekommen. Da gibt es noch so viel zu erforschen und zu erzählen, wo wir auch noch gar nicht drüber gesprochen haben. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Sachen da draußen in der Popkultur, von denen ich weiß, die sind gut, aber sie interessieren mich einfach nicht. Ich glaube, das beste Beispiel dafür ist immer noch Game of Thrones. Ich weiß, dass das ganz, ganz viele Anhänger hat, dass die allermeisten das bis zu Beginn der letzten Staffel total super fanden. Schön, dass du es einschränkst. Ja, ja. Ich habe da ein bisschen was von gehört, aber ich bewege mich da jetzt auch nicht auf sicherem Terrain, wenn ich da viel zu vernehme. Alles gut. Und das ist auch wert, über Game of Thrones Podcasts zu machen und darüber zu berichten. Aber weil es mich nicht interessiert, Game of Thrones, wäre es fast schon absurd zu erwarten, dass ich, Sebastian, einen Game of Thrones Podcast mache. Und genau so liegt meine Interessenlage ehrlich gesagt auch, was die neueren Star Trek Sachen seit 2009 angeht. Ich gucke die einmal, ich nicke wohlwollen, manchmal ärgere ich mich auch ein bisschen, manchmal freue ich mich auch ein bisschen, aber es erzeugt einfach nicht dieses starke Interesse in mir, diese Leidenschaft, diese Begeisterung, die ich brauche, um darüber einen Podcast zu machen. Und das ist irgendwie aber doch Grundvoraussetzung, finde ich, damit das hörbar ist. Genau. Manche von euch, die denken jetzt vielleicht das, was, da komme ich auch noch gleich zu, was ich auch gedacht habe im Laufe dieser Diskussion. Jetzt warte doch erstmal ab mit so einer krassen Ankündigung. Ja, vielleicht kommen da noch irgendwelche Star Trek Serien oder zukünftige Star Trek Serien. Wird noch ganz anders oder wir gucken die zweite PK Staffel, wir sind jetzt gerade an der Stelle, wo die erste zu Ende ist und wir auf die zweite warten und denken, wow, das ist das Beste, was sie je gemacht haben. Und dann, ja, wollt ihr doch noch darüber reden. Naja, da kommt noch eine Sache erschwerend hinzu. Es gibt ja schon wahnsinnig viele Star Trek Podcasts, die sich alle mit den neuen Sachen Episode für Episode auseinandersetzen, ja. Gerade schießen Star Trek Podcasts wie Pilze aus dem Boden, das muss man einfach so sagen. Und wenn wir es dann doch machen würden, wenn wir dann irgendwann in so vielen Jahren auf diesen Zug aufspringen, dann sind wir gar nicht die Ersten und Einzigen, sondern die 55sten, ja. Die da durch eine sehr ausgegruckte Fahrrinne eiern. Und da kommt jetzt auch ein bisschen mein Dickkopf oder mein eigener Anspruch hinzu. Da ist der Simon viel gelassener, aber ich bin da echt, da muss ich auch dazu stehen, wer ich bin. Ich bin da anspruchsvoll mit mir. Wenn ich irgendwas mache, sei es ein Podcast oder sei es irgendwas an Freizeitaktivitäten, dann mag ich eigentlich immer Sachen, die Alleinstellungsmerkmale haben. Ja, wo ich sagen kann, das hat jetzt so noch kein anderer gemacht, ja. Und das, was wir gerade mit Trek am Dienstag machen seit April 2017, das hat auch so noch kein anderer gemacht. Rewatch-Podcast gab es schon genug, aber alles so und auch durcheinander vermischt in Ausstrahlungsreihenfolge zu besprechen, was Rick Berman und Roddenberry so gemacht haben, das ist schon ein wahnsinniges Ding. Das ist etwas, da habe ich Interesse dran. Aber wenn jetzt zu mir einer kommt und sagt, ich soll irgendwas machen, was schon, ja, 55, nee, wir sind die 55, was vor uns schon 54 Mal gemacht wurde, ja. Ja, dann fühle ich mich gleich wie so ein Mitläufer, dann denke ich, da gibt es keinen USP mehr für, also kein Einzigartigkeitspünktchen mehr für Trek am Dienstag an der Stelle. Und dann sinkt auch irgendwie mein Bock, das zu machen, ins Bodenlose, ehrlich gesagt, ja. Und Simon sieht das anders und deswegen möchte ich jetzt Simon auch mal seine Sicht an der Stelle schildern lassen. Wir haben da so lange drüber diskutiert, Leute. Wahnsinn, ja. Und auch sehr intensiv, also es ist jetzt nicht so, dass hier die Fetzen flogen, aber wir haben da durchaus auch gestritten, das kann man sagen, da war ein Konflikt da. Ich stand der Sache anfangs wesentlich offener gegenüber, ja. Und ich würde für mich persönlich, ich rede jetzt nicht für Trek am Dienstag, ich rede jetzt einfach für mich, ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass ich vielleicht jemals etwas über ein neueres Trek machen möchte, ob jetzt in Audioform oder in ganz anderer Form. Im Gegensatz zu Sebastian habe ich, glaube ich, noch mehr Connections zu aktueller Popkultur, ja. Ich stehe auf Game of Thrones. Die letzte Staffel finde ich auch nicht so gut, aber ich mag Game of Thrones. Ich mag so Sachen wie South Park, ich finde das alles super. Und ich glaube auch, dass ich neuerem Trek, obwohl ich da auch Sachen fürchterlich finde, aber neuerem Trek immer noch mehr abgewinnen kann als vielleicht Sebastian. So, die Sache aber. Und das hat den Konflikt auch sofort beendet, denn Trek am Dienstag, das sind wir beide, ja. Das sind Sebastian und Simon und das ist, ihr müsst euch wie eine Band vorstellen, ja. Und diese Band, die hat einen ganz speziellen Sound und der funktioniert nur, wenn beide nicht in unterschiedlichen Takten spielen oder der eine spielt, weiß ich nicht, Didgeridoo und der andere, ach komm, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will, ja. Das heißt, das wäre dann kein Trek am Dienstag mehr, wenn jetzt einer von uns, und das kann auch vielleicht Sachen betreffen, die ich nicht so gut finde, aber die Sebastian machen würde, ja. Wenn einer von uns sich dazu zwingen müsste, etwas zu machen, was für den anderen irgendwie nicht passt. Trek am Dienstag ist die Schnittmenge zwischen uns beiden und wir fühlen uns da beide sehr, sehr wohl drin. Und auch hier würdet ihr es sofort hören, sofort, wenn es anders wäre. So, klare Worte. Vielleicht sind jetzt manche von euch enttäuscht, aber wie wir schon gesagt haben, wenn wir schon die Hand aufhalten und sagen, unterstützt uns und lasst uns tolle, große und mehr Dinge machen, dann wollen wir auch wirklich ganz klar vorher sagen. Und euch keinen, ja, wie heißt das, einem geschenkten Gaul, schaut mal nicht ins, nee, anders irgendwie, aber ihr wisst, was wir meinen. Wir wollen euch keinen Bären da aufbinden, ja. Wir wollen euch verraten, was alles Tolles passiert, aber wir wollen euch auch sagen, womit ihr nicht rechnen müsst, wenn ihr in uns investiert. Genau. Eine Sache steht aber fest, wenn wir den März 2031 erreichen oder ein bisschen später, wenn mal, doch mal einer sich den Fuß bricht oder so. Und wenn die letzte Enterprise-Episode besprochen wurde und wenn ihr uns dann immer noch hören möchtet und wenn ihr uns dann immer noch unterstützen möchtet und wenn wir immer noch Sachen machen möchten und auch fit sind, dann machen wir weiter. Ja, vielleicht mit anders gearteten Star Trek-Inhalten, vielleicht gibt es dann irgendeine Serie, die vielleicht Science Fiction oder auch was anderes ist, wo wir sagen, ey, die lieben wir beide über alles, lass uns mal davon ein Rewatch machen, wenn wir mit Star Trek durch sind. Und wir besprechen die einfach mal Episode für Episode oder noch irgendetwas, was heute von uns auch keiner, auch nur im Ansatz ahnen kann, was dann passiert. Das ist noch soweit in der Zukunft. Also kurzum, da muss nicht im März 2031 der Hammer fallen. Das ist die Zukunft, die ist ungeschrieben. Das möchten wir uns offen lassen, dass es dann vielleicht irgendwie weitergeht oder vielleicht sagen wir 2031 auch, alle jetzt reicht's auch. Das ist jetzt auch gut gewesen, je nachdem, wie sich das dann anfühlt. Das ist eine spannende Geschichte und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr diese Reise mit uns mitmacht. So, jetzt haben wir ein bisschen Einschränkungen losgelassen. Das lassen wir jetzt, denn wir wollen ja eigentlich jetzt durchstarten mit viel gutem Zeug. So, und jetzt wollen wir euch auch erklären, wie ihr uns unterstützen könnt, finanziell unterstützen könnt, wenn ihr möchtet. Auf unserer Homepage ist zeitgleich mit diesem Podcast eine neue Rubrik live gegangen, die heißt Unterstützen. Findet ihr oben im Menü und da fassen wir das hier in der Kurzversion nochmal zusammen, was wir alles bieten für euch und da findet ihr diverse Dinge. Da findet ihr zum einen unsere Bankverbindung, ja, also wenn ihr so richtig oldschool unterwegs seid und uns etwas überweisen möchtet oder uns einen kleinen Dauerauftrag einrichten möchtet, dann könnt ihr über diese Bankverbindung unserer neuen kleinen Firma galaktisch aufs Ohr eine Überweisung zukommen lassen. Das ist auch ganz wichtig, dass ihr als Überweisungsempfänger nicht Track am Dienstag da reinschreibt, dann kommen vielleicht komische Rückfragen von der Bank. Die kleine Firma, die das Ganze auswertet, heißt galaktisch aufs Ohr. Richtig, das ist nicht die einzige Möglichkeit. Es gibt eine PayPal-Adresse von uns, paypal.trackamdienstag.de. Es gibt auch diesen paypal.me-Link, wo ihr dann direkt auf unsere Seite kommt bei PayPal und da könnt ihr uns auch gerne Geld überweisen, einfach über PayPal. Und dann gibt es auch noch so eine Art Abo-Modell, das nennt sich Steady, ja, da findet ihr auch einen Link auf der Unterstützenseite, da loggt ihr euch ein. Und da findet ihr auch unterschiedliche, na sagen wir mal vorgefertigte Modelle, die dann quasi monatlich gebucht werden können. Das ist wie so ein Dauerauftrag nur im Internet und über so einen Drittdienstleister. Was gibt es denn da für Pakete, Simon? Ja, da haben wir mal einfach so drei Pakete gemacht. Wir sind einfach mal davon ausgegangen, was könnte euch so eine Folge wert sein. Da gibt es dann ein Paket beispielsweise, wo eine Folge 1 Euro kostet. Das sind dann vier Euro im Monat, die ihr uns bezahlt. Oder wenn ihr uns ein bisschen mehr geben wollt, haben wir gesagt, dann kostet eine Folge halt zwei Euro oder vier Euro für die, die es ganz dicke haben und uns ganz lieben. Ja, ganz, ganz viel lieben. Die können uns auch das geben. Könnt ihr entscheiden. Und wenn ihr ganz andere Beträge im Kopf habt oder weniger oder mehr, dann nutzt einfach die anderen beiden Optionen. Am liebsten, das müssen wir sagen, ist der altmodische Weg der Banküberweisung. Banküberweisung, denn die anderen Dienstleister, die kassieren natürlich auch einen gewissen Anteil Provisionen von dem Geld, um ihre Dienste aufrecht zu halten. Das ist gut. Das haben die sich auch verdient dafür. Aber wenn ihr halt möchtet, dass dieses Geld komplett an uns geht, dann empfehlen wir die Möglichkeit einer Banküberweisung. Am meisten freuen wir uns auch tatsächlich, muss man sagen, über eine gewisse Regelmäßigkeit, die da reinkommt. Also wenn jetzt irgendjemand meint, ich möchte euch jetzt für jede bisher veröffentlichte Folge einen Betrag X geben und ich gebe euch jetzt das quasi als Gesamtbeitrag mal auf euer Konto. Go for it. Wir freuen uns riesig. Das wird aber nicht dazu führen, dass wir damit anfangen können zu rechnen. Wir können dann anfangen zu rechnen, wenn wir merken, aha, okay, da kommt jetzt hier der ein oder andere Dauerauftrag oder dann einfach regelmäßige Zuwendungen. Dann können wir planen, dann wissen wir, was uns etwa im Monat zur Verfügung steht und dann können wir auch sagen, wir können die Arbeitszeit reduzieren und wie anfangs beschrieben in Podcast-Zeit umwandeln. Vielleicht kommen da auch noch andere Möglichkeiten demnächst noch hinzu, wie ihr uns unterstützen könnt, aber da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Ganz genau. Unterstützung ist ja auch das Zauberwort. Wir reden ganz bewusst nicht von Spenden, denn Spenden, da müssten wir irgendwie gemeinnützig unterwegs sein, gemeinnütziger Verein oder so weiter, aber das sind wir natürlich nicht. Ja, wir sind, stell dir das vor, wir sind so ein Laden und bei dem Laden, da gibt es Podcasts und ihr entscheidet, ob und wie viel ihr uns dafür bezahlt. So funktioniert das. Gibt auch keine Spendenquittungen, also ihr könnt das nicht hinterher von der Steuer absetzen, was ihr uns zukommen lasst, falls ihr das denkt. Wäre lustig, wenn das einer mal versucht einzureichen, irgendwie 30 Euro Dreck am Dienstag, Werbungskosten oder so. Nee, auf Krankenschein gibt es uns noch nicht. Nee, sollte es aber. Nochmal, wenn ihr uns unterstützen möchtet und kein Geld habt, dann ist das völlig in Ordnung. Wie gesagt, es gibt noch andere Möglichkeiten, auch das findet ihr auf der Seite dann ganz unten. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt einfach unseren Podcast in den sozialen Medien, bewertet uns auf den einzelnen Plattformen, die es gibt. Apple Podcasts, schreibt uns eine Bewertung. Auch das hilft uns wahnsinnig weiter. So. Ja. Einen Punkt habe ich noch vergessen. Wir haben es gesagt, es gibt keinen Ambassador-Status oder sonst was. Aber natürlich wollen wir euch auch virtuell irgendwie Danke sagen. Und wir werden, wenn ihr das möchtet, also wie das geht, steht auch auf dieser Seite. Dann könnt ihr euch bei uns melden. Nachweis einfach eurer Unterstützung uns abliefern. Und dann werden wir da so eine Ruhmeshalle auf der Webseite eröffnen. Da werden wir euch dann nennen, wenn ihr das möchtet. Und ja, alles im Rahmen des Datenschutzes, was ihr wollt oder auch, was ihr nicht wollt. Aber ihr könnt gerne auf diese Art und Weise in die Hall of Fame reinkommen. Das erspart allen Hörerinnen und Hörern auch, muss man nochmal dazu sagen. Es gibt ja viele Podcasts, sie rattern dann im Podcast die Unterstützer runter. Und das hat auch nicht viel mit dem Inhalt des Podcasts zu tun. Das lenkt dann auch ein bisschen von Star Trek ab. Natürlich ist das schön, wenn man sich mal irgendwie im Radio hört, in Anführungszeichen. Ja, was ja Podcast auch nichts anderes ist. Aber das wird dann auch auf die Dauer vielleicht ein bisschen eintönig. Deswegen haben wir da diese Ruhmeshalle eingerichtet auf der Homepage. Genau. Ja. Und man kann es nur nochmal wieder sagen, wir haben ja jetzt einen großen Bogen geschlagen, seit wir diese Folge angefangen haben, diese kleine Sonderfolge. Aber Wiederholung festigt ja. Also, wenn ihr Track am Dienstag mögt und wenn ihr gerne mehr Track am Dienstag hören möchtet und erfahren möchtet, was wir da alles noch so planen, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns unterstützt und dadurch Dinge zusammenkommen, die uns einfach die Möglichkeit geben, mehr zu machen. Das ist einfach wunderbar. Da wollen wir hin. Wir möchten mehr Track am Dienstag machen mit eurer Hilfe. Ja, ihr Lieben. Das ist jede Menge Holz, die wir heute hier losgelassen haben. Wie heißt es so schön am Ende des ersten Star Trek Films, Sebastian? The Podcast Adventure is just beginning. Und ja, es bleibt jetzt zum Abschluss nur noch zu sagen, danke für eure jahrelange Treue, eure Aufmerksamkeit, eure Kommentare. Alles Schöne. Ihr habt unser Leben auch wahnsinnig bereichert, muss man sagen. Und wenn ihr zu denjenigen gehört, die uns unterstützen möchten, dann bedanken wir uns jetzt schon mal ganz, ganz fest im Voraus. Ja, ihr seid toll. Vielen Dank. Das seid ihr. In diesem Sinne, macht es gut und wir hören uns aller spätestens nächsten Dienstag wieder. Bis dann. Oh ja, bis dann. Eine Track am Dienstag 2020 Produktion. Das ist noch eineあります. Das ist noch mal funktion. Vielen Dank.